Das ist es. Jetzt rücken wir die Geschichte gerade. Setzen Sie das ZMG an der Singularität ein, um einen Riss nach 1955 zu öffnen. Zerstören Sie dann den Reaktor mit der E-99-Bombe. Sobald die Singularität zerstört ist, kehrt sich die Geschichte wieder um. Gehen Sie, Captain. Und viel Glück. Was war das? Da ist jemand in der Kammer. Unmöglich. Oh Gott, Sie haben recht. Schnell, die Tür auf. Wir müssen ihn da rausholen. Nein. Halt. Er hat eine Bombe. Eine E-99-Bombe? Er hat einen Rundfunk. Er hat einen Rundfunk. Er hat einen Rundfunk. Ja. Die Erinnerung, Captain. Sie sehen überrascht aus. All diese Anstrengungen, um die Singularität zu zerstören, dabei musste ich sie nur neu erschaffen. Jetzt geben sie mir das ZDMG. Wir haben etwas übersehen, aber das finden wir heraus. Wir bekommen das hin. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Sie haben verloren. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Das ist es. Die Singularität ist nicht das Problem. Sie sind in die Vergangenheit gereist und haben Demichev vor dem Feuer gerettet. Erinnern Sie sich? Ihn haben sie verändert. Und ihn müssen sie zurück ändern. Sie dürfen Demichev nicht am Leben lassen. Das funktioniert nicht. Sie haben es schon versucht. Und versagt. Erinnern Sie sich nicht, wer noch da war, Captain Renko. Renko, stopp! Demichev darf nicht! Der andere Mann waren Sie. Das stimmt, Captain. Sie sind die Anomalie. Natürlich ist der einzige Weg, die Zeitachse zu korrigieren. Sie müssen sich selbst aufhalten. Sich selbst töten? Sie verlangen von einem Mann, sich für ihre Fehler zu opfern? Wie oft noch? Ich bezweifle, dass Sie eine verlässliche Autorität sind. Renko, hören Sie nicht auf ihn. Sie können die Welt retten! Sagen Sie. Aber, Captain, denken Sie nach, was Sie vor dem Ganzen hier waren. Eine Drohne im Schwarm. Ich kann Ihnen ein ganz anderes Leben bieten. Sie könnten alles haben, was Sie sich vorstellen. Geben Sie mir das ZMG. Und helfen Sie, die Welt zu regieren. Ist das eine Welt, an der Sie teilhaben wollen, Renko? Sehen Sie nicht das ganze Leid, das dieser Mann verursacht hat? Kein visionärer Führer ist ohne Kritiker. Renko, er ist kein Führer. Er ist ein Massenmörder, ein Diktator. Sie müssen ihn aufhalten, um jeden Preis. Benutzen Sie das ZMG an der Singularität. Reisen Sie zurück und töten Sie sich. Also, das klingt ja wirklich nach einem attraktiven Angebot. Oder Sie beweisen mir Ihre Loyalität, indem Sie Barisov töten. Dann gebe ich Ihnen unendliche Macht. Ihre Wahl, Captain. Mein Gott, er ist tot. Captain, Sie haben gerade den mächtigsten Mann der Welt getötet. Aber das ändert nichts. Um die Geschichte zu korrigieren, müssen Sie zurück und sich selbst daran hindern, Demichev in dem Feuer zu retten. Untertitelung des ZDF, 2020 Hammer 2-1, Red Fleet. Sie dringen jetzt in den Luftraum von Katorga 12 ein. Verstanden, Red Fleet. Weiter auf diesen Vektor. Geschätzte Ankunftszeit in drei Minuten. Ich weiß nicht, wieso wir diesen Flug machen müssen. Man sieht doch sowieso nichts. Militärische Aufklärung. Was für ein Witz. Hammer 2-1, Geschwindigkeit und Flugrichtung beibehalten. Verstanden, Red Fleet. Daran kann ich mich nie satt sehen. Hammer 2-1, Hammer 2-1. Falscher Alarm. Wiederhole. Falscher Alarm. Ihre Mission wird abgeblasen. Drehen Sie um. Ha! Was hab ich dir gesagt? Hier ist doch nie was Interessantes. Stimmt's, Kamerad? Was hab ich dir gesagt? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020